Stell dir vor, du hast ein Team in deiner Firma und das Team kommt nicht gut miteinander aus. Du fragst dich, was du tun sollst. Sollst du die Leute auswechseln oder nur einen auswechseln, der vielleicht schuld in allem ist? Oder kannst du eine Teamsitzung machen, ohne dass das Ganze gleich in eine kostspielige Coaching-Situation kommt, wo die Gruppe dann über Wochen gecoacht wird und alte Konflikte hochkommt und vielleicht alles auch auseinanderfliegt? Wie wäre es, wenn du eine kostenlose Sitzung bekommen könntest, wo jeder durch seinen eigenen Prozess durchgeführt wird, mit dieser genialen neuen Methode Mindshifting und dann am Ende alles besser läuft? Wie könnte das überhaupt möglich sein, dass sowas passiert? Ganz einfach, wir definieren uns im Grunde genommen unbewusst immer über unsere Traumas. Vor langer Zeit oder vor kurzer Zeit, irgendwann haben wir Dinge erlebt, die uns zurückgeworfen haben, die uns eingeschränkt haben, die uns Angst gemacht haben und wir haben uns entschieden, in dem Moment so etwas nie wieder zu erleben. Und seitdem definieren wir uns als diese festsitzende Identität, die wir gar nicht wirklich kennen. Wir merken es nur indirekt, dass uns etwas zurückhält, dass wir über ein bestimmtes Maß der Ausdehnung oder des Erfolgs nicht hinwegkommen, weil dann Ängste da sind. Wir fühlen Ängste und wir lenken uns ständig ab, bevor wir weitergehen, bleiben wir lieber in dieser Komfortzone hängen. Und das sind eben diese alten Traumata. Und wie wäre es das, wenn du das in einer Sitzung loslassen könntest? Es können auch ein paar mehr sein, vielleicht drei, vier Sitzungen. Aber es geht sehr schnell, das hochzuholen und durch sein Gegenteil zu ersetzen. Und ich biete dir an, einfach als Kennenlernen-Coaching das mit deinem Team zu machen. Ich führe die alle durch, die müssen nicht über ihre Probleme reden, sondern ich sage hier einfach, macht diese Übung, ich führe euch da durch. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und das kann ich auch mit Einzelnen machen. Das Angebot ist also jetzt zur Zeit aktuell. Also nutze die Zeit, nutze dieses Angebot. Und ja, hoffentlich sehe ich dich mal dann. Tja ja, hoffentlich ist das in behalten. Oder ich bin neug pobre coment Small. Und die ZWS-Bisage, und die ZWS-Bis land iss. Pittsburgh ausAttensivität.